So, und dann werden wir jetzt mal den Bild ein wenig vorstellen. Und zwar Archon Mage. Ihr habt es ja schon, ich habe es ja überall mal so ein bisschen immer eingestreut und die Leute, die Programm für heute Pushy Archon Mage vorstellen und dann mal schauen. Ja, ich habe das ja immer schon so ein bisschen eingestreut und die Leute, die die letzte Woche dabei waren, die wissen ja, dass ich mir den, oder ihr habt euch ausgesucht, dass ich mir den Mage mal vorknöpfen soll. Und das habe ich natürlich getan. Wir kommen, ich finde das immer schwierig. Fängt man mit den Fertigkeiten an oder fängt man mit dem Equip an? Ich fange mal mit den Fertigkeiten an. Wir spielen, also Dreh- und Angelpunkt, Brot und Butter des Bilds ist der Archon. Verwandelt euch 20 Sekunden lang in ein Wesen aus reiner Arcan-Energie. In Archon-Form werden die normalen Fertigkeiten durch mächtige Archon-Fertigkeiten ersetzt und verursachter Schaden sowie Rüstung und Widerstände werden um 20% erhöht. Das kann man schon mal machen. Ich muss mir hier gerade ein bisschen, die Socke hängt quer. Wir haben die Rune Blitz drauf. Im Prinzip ist die Rune relativ egal. Jeder in Archon-Form getötete Gegner erhöht den von euch verursachten Schaden um 6% für die verbleibende Dauer von Archon. Anstelle von Arcan-Schaden verursachen Archon-Fertigkeiten Blitzschaden. Da sage ich später noch was zu, was ich festgestellt habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber da werden mir dann einige Leute bestimmt weiterhelfen können. So, dann spielen wir mit der Eisrüstung mit dem Kristallisieren. Hüllt euch in eine Eisbarriere, die den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden um 12% reduziert. Nahkampfangreifer werden 3 Sekunden lang entweder unterkühlt oder eingefroren. Hält 10 Minuten lang an. Ist safe. Ab und zu mal aufrech, ab und zu mal auffrischen. Immer aufrechterhalten und gut ist. Die Rune kristallisieren bewirkt, wenn ihr von einem Nahkampfangriff getroffen werdet, wird euer Rüstungswert 30 Sekunden lang um 20% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 3x stapelbar. Bei dem Archon-Bild ist wichtig, wenn wir nicht in Archon-Form sind, dass wir bitte nicht sterben. Goldene Regel. Bitte nicht sterben, wenn wir nicht in Archon-Form sind. Natürlich auch nicht sterben, wenn wir in Archon-Form sind. Überhaupt nicht sterben. Sterben ist tabu. Dann spielen wir mit der magischen Waffe. In dem Fall mit Abwehr. Erfüllt eure Waffe mit magischer Energie, wodurch sie 10% mehr Schaden verursacht. Hält ebenfalls 10 Minuten lang. Abwehr macht das, wenn ihr einen Gegner angreift, erhaltet ihr 3 Sekunden lang einen schützenden Schild, der 10.728 Schaden absorbiert. Hier kann man jetzt eventuell auch mit der mächtigen Waffe spielen. Erhöht den Schadensbonus von magischer Waffe auf 20% Schaden. Ich fahre aber da erstmal die defensivere Variante. Dann spielen wir mit der Frostnova. Er überzieht Gegner in der Nähe mit einer Eis-Explosion, die sie 2 Sekunden lang einfriert. Rune tiefgefroren. Erhaltet 11 Sekunden lang einen Bonus von 10% auf eure kritische Treffer-Chance, wenn Frostnova mindestens 5 Gegner trifft. Das ist ein kleiner Bonus. Man schafft es nicht immer, dass sie 5 Gegner trifft, aber auch da kommen wir nochmal zu, wenn ich euch gleich die Ausrüstung zeige. Da gibt es auch noch eine schöne Synergie mit einem Gegenstand, den wir da tragen. So, dann die Arcan-Flut als Standardangriff, als relativ zügiger Angriff, um gewisse Stacks aufzufüllen, wo wir dann auch gleich zukommen. Statische Entladung aus dem einfachen Grund, weil wir den Archon auf Blitzschaden spielen. So, die Teleportation als Sicherheits-Skill, wenn es wirklich mal heftig wird, dass man sich einfach mal rausporten kann aus der Gefahrenzone und vielleicht kurz verschnaufen kann. Kann helfen, kann manchmal auch nicht helfen. Manchmal ist man auch verwirrt und portet in die Gegnergruppe wieder rein, aber gut, passiert. Wir spielen mit sicherer Teleportation. 5 Sekunden nach der Teleportation oder innerhalb der ersten 5 Sekunden nach der Teleportation erleiden wir 25% weniger Schaden. So, wir spielen dann auf den Passiven. Mit der instabilen Anomalie, wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, erhaltet ihr statt zu sterben für 5 Sekunden einen Schild, der Schaden in Höhe von 400% eures maximalen Lebens absorbiert. Außerdem entfesselt ihr eine Schockwelle, die Gegner zurückstößt und sie 3 Sekunden lang betäubt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 60 Sekunden auftreten. Äh ja, einmal frei sterben. Hat man eigentlich bei den meisten Builds mit drin. Ähm, Illusion ist, wenn ihr innerhalb von einer Sekunde mehr als 15% eures maximalen Lebens als Schaden erleidet, werden die Abklingzeiten der Fertigkeiten Spiegelbild, Zeitverlangsam und Teleportation automatisch zurückgesetzt. Das ist, wenn es wirklich mal haarig wird, ist die Teleportation einfach schneller wieder ready. Wenn ihr die Fertigkeit Spiegelbild, Zeitverlangsam oder Teleportation verwendet, wird eure Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 30% erhöht. Auch nochmal ein zusätzlich guter Effekt, nachdem wir uns irgendwo raus teleportiert haben, dass wir nochmal ein bisschen zügiger, vielleicht 2-3 Schritte weiter weggehen können. Verschwimmen reduziert den erlittenden Schaden um 17% und Hervorrufung reduziert alle Abklingzeiten um 20%. Braucht man, denke ich, nicht allzu viel zu sagen, ein Defensivskill und Abklingzeitenreduktion, weil wir natürlich möglichst lange, nicht möglichst lange, sondern möglichst oft in die Archon-Form wollen. Nach Möglichkeit wollen wir dauerhaft in der Archon-Form sein, was allerdings auch gar nicht so klug ist, wenn ich mir das mal so genau überlege. Also wollen wir nicht dauerhaft in der Archon-Form sein, aber wir wollen relativ schnell den Archon wieder ready haben, um eben, wenn wir das, was wir außerhalb der Archon-Form, was ich gleich erkläre, erledigt haben, so schnell wie möglich eben wieder in die Archon-Form kommen. So, das war's an Skills. Ja, die Paragon-Punkte, weiß ich nicht, da sage ich meist nichts zu, weil es eigentlich, im Endeffekt ist es Geschmackssache, was man macht. Man sollte sich bei den defensiven Werten halt immer erst darauf konzentrieren, was der eigene Hauptwert nicht steigert. Was ich jetzt hier in dem Fall nicht gemacht habe, weil wir hier wirklich alle Widerstände brauchen, auch wenn wir eine Intelligenzklasse haben, um da wirklich zu überleben, gerade in den höheren Rifts. Ressourcen-Kosten-Reduktion, warum habe ich das nicht ausgeskillt? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Leben pro Treffer nehmen wir mit und den Flächenschaden nehmen wir mit. Und im defensiven bin ich jetzt gerade am überlegen, da ich schon relativ hoch bin, mache ich mal Leben und Rüstung und haue die Widerstände erstmal nur auf 210 statt 250. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein harter Verlust. Hier können wir, denke ich, erstmal alles so lassen. Gut, kommen wir zur Ausrüstung. Slam-Barb wäre mal lustig. Was ich bei Barbar spielen würde? Ja, wenn ich den Barbar spielen würde, dann würde ich ihn tatsächlich auf den Wirbelwind-Barb skillen, auch wenn der Hota-Barb da, sagen wir mal, in den besten Listen ganz vorne mit dabei ist. Finde ich trotzdem so ein Brain-AFK-Barb ist auch mal nicht schlecht. Erst Equip und dann Skills wegen Bildbau. Naja, naja, naja. Also, wir sehen hier unten Chantodos Entschlossenheit. Wenn ihr die Archon-Form annehmt, erhaltet ihr eine Aura der Zerstörung. Das heißt, wir brauchen das Waffen-Set Chantodos Entschlossenheit. Einmal mit der Waffe Chantodos Wille und mit der Quelle Chantodos Kraft. Zweier Set-Bonus. Während Archon aktiv ist, sendet ihr jede Sekunde eine Welle der Zerstörung aus. Die Welle fügt allen Gegnern im Umkreis von 30 Metern 350% Waffenschaden zu. Ist schon mal gut. Was das Waffen-Set aber erst richtig gut macht, ist der zweite Set-Bonus. Jedes Mal, wenn ihr mit einem Angriff trefft, während Archon nicht aktiv ist, wird der Schaden eurer Welle der Zerstörung um 350% Waffenschaden erhöht, bis zu 20 Mal stapelbar. Das heißt, wenn wir nicht in Archon-Form sind, bauen wir mit der Frost-Nova und mit der Arcan-Flut diese Chantodos-Decks auf. 20 Stück. Und senden, während wir dann in Archon-Form sind, eine Schockwelle aus, die 7000% Waffenschaden macht. Halt die Schnauze-Templer, wir stehen hier noch ein bisschen länger rum. Ja, das ist für den Archon-Bild eigentlich ein super Waffenset. Das ist eigentlich best in Slot, da gibt es nicht viel Ausweichmöglichkeiten. Dann brauchen wir selbstverständlich das Wirrss-Set. Wirrss-Verblüffende Arkana. Und zwar die vollen sechs Teile. Beine, Kopf, Füße, Hände, Schultern, Körper. Er sorgt beim Zweier-Set-Bonus dafür, dass der Archon den Effekt jeder Rune erhält. Darum habe ich gesagt, es ist relativ egal, welchen Effekt oder welche Rune man auf dem Archon ausgerüstet hat. Ich habe gelesen, dass die Rune dafür verantwortlich ist, welche Schadensart der Archon-Bild macht. Das habe ich aber festgestellt, stimmt meiner Meinung nach nicht. Der Archon-Bild macht die Art von Schaden, auf die man selber über seine ganze Ausrüstung verteilt, den höchsten Bonus hat. Hätten wir jetzt 35% Blitzschaden-Bonus und wegen mir 36% Feuerschaden-Bonus, wären alle Attacken Feuer-Attacken. Das heißt, die Art der Attacken richtet sich, so habe ich es festgestellt, nicht nach der Rune, die man unabhängig vom Zweier-Set-Bonus beim Archon ausgerüstet hat, sondern danach, welcher Schadensbonus, welcher Elementarschadensbonus bei einem selbst am höchsten ausgeprägt ist. Ja, das war die Sache genau, die ich zur Archon-Form sagen wollte und das, was ich festgestellt habe, dass es eben nicht von der ausgerüsteten Rune abhängt, sondern vom Elementarschaden-Bonus vom höchsten. Vierer-Set-Bonus, Archon-Stapel erhöhen eure Angriffsgeschwindigkeit, Rüstung sowie eure Widerstände um 1%. Wir bauen, während wir in Archon-Form sind, bauen wir mit jedem Angriff Archon-Stapel auf und erhöhen somit mit jedem Angriff unsere Angriffsgeschwindigkeit, Rüstung und Widerstände. Sechster-Set-Bonus, wenn ihr mit einer Archon-Fertigkeit trefft, erhaltet ihr ebenfalls Archon-Stapel. Das ist eben das, was eigentlich den Vierer-Set-Bonus erst gut macht. Das heißt, wir brauchen hier so oder so das volle Set. Geht keinen Weg, ich fühle keinen Weg dran vorbei. Amulett habe ich ein richtig beschissenes Höllenfeuer-Amulett, aus dem einfachen Grund, weil ich einen riesen Fehler gemacht habe. Ich glaube, Vitalität und Intelligenz hatten denselben Zahlenwert und ich habe beim Rerollen nicht aufgepasst. Und da habe ich statt der Vitalität die Intelligenz gererollt. Jetzt haben wir hier 722 Vitalität drauf, kritischen Trefferschaden und die Blitzfertigkeiten. Blitzfertigkeiten natürlich mit Min-Roll, wie sollte es anders sein? Hier kann man auch jegliche Art von Widerstands-Amulett nehmen. Also Maras oder Feuerwiderstand, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Die sind eigentlich auch immer eine gute Ausweichmöglichkeit, wenn man vielleicht gerade keine Materialien hat, sich ein Höllenfeuer-Amulett zu bauen oder einfach ein richtig beschissenes Höllenfeuer-Amulett hat, wie ich. Ich habe leider keine Immunitäts-Amulette da, deswegen muss ich das Höllenfeuer-Amulett nehmen. Als Passive wollt ihr nach Möglichkeit, wenn ihr die 4 hier ausgerüstet habt, wollt ihr die Verwegenheit. Fügt Gegnern im Umkreis von 15 Metern 30% zusätzlichen Schaden zu. Die Verwegenheit ist eigentlich auch Pflicht, die kann gerne ausgetauscht werden gegen den Illusionisten. Die ist nicht ganz so wichtig. Also wenn ihr kein Höllenfeuer-Amulett habt, nehmt den Illusionisten raus und nehmt die Verwegenheit mit rein. Denn die ist voll viel besser und so. 30% Schadensboost, weil wir immer mittendrin sind in den Gegnern im Normalfall. Dann die uralten partanischen Schützer. Die brauchen wir. Die brauchen wir auch mit Blitzschaden. Der ist hier glücklicherweise Max-gerollt. Da freue ich mich ein bisschen. Und wir haben für jeden betäubten Gegner im Umkreis von 25 Metern, er leidet ihr 11% weniger Schaden. Das ist natürlich eine wunderbare Synergie mit der Frost-Nova. Und ist auch fast Max-gerollt. Finde ich gut. Dann unbedingt Arlysis, Arlysis, Halo, Arlysis, Hallo, Hallo. Und zwar, eure Eisrüstung reduziert nun den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden um 57% und wirkt zusätzlich jedes Mal automatisch Frost-Nova, wenn ihr mindestens 10% eures Lebens an Schaden erlitten habt. Das kommt dann doch schon mal vor, weil wir ja defensiv, trotz dass wir ein bisschen auf die Defensive achten, nicht wirklich so gut dastehen. Und in großen Rifts man sowieso echt richtig auf die Fresse kriegt. Insofern, das ist eine wunderbare Synergie zwischen Ring, zwischen Armschienen und halt zwischen dem Frost-Nova-Skill. Das ist echt richtig gut. Also ich hatte den Ring, den habe ich erst vor kurzem bekommen. Ich habe den Archhorn-Bild aber vorher schon ausprobiert ohne den Ring. Und der Ring hilft halt auch, weil jeder Hit von Frost-Nova halt auch Chantodo-Stacks aufbaut. Es hilft halt, diese 20 Stacks schneller aufzubauen. Und somit, wenn die Cooldown-Reduktion entsprechend stimmt, da auch den Archhorn halt wirklich relativ schnell wieder mit vollen 20 Chantodo-Stacks ready zu haben, das ist schon ziemlich gut. Zweiter Ring, Obsidian-Ring des Tierkreises. Reduziert die verbleibende Abklingzeit einer eurer Fertigkeiten um eine Sekunde, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff einen Gegner trifft. Ist halt, wenn wir außerhalb der Archhorn-Form sind, oh, ich muss nicht kurz gehen, tut mir leid. Wenn wir außerhalb der Archhorn-Form sind, kann es uns halt helfen, dass, wenn das Spiel sich dafür entscheidet, den Archhorn als Skill auszuwählen, der reduziert wird, kann es halt auch wiederum helfen, da schneller den Archhorn wieder ready zu haben. als Gems auf der Rüstung und auf der Hose, Intelligenz-Gems, also Tropase und im Helm, Abklingzeit-Reduktion, also einen Diamanten. Dann, legendäre Edelsteine, der Schmerzverstärker, das Verderben der Gefangenen, einfach weil wir da wirklich mitten in der Gruppe drin sind und eigentlich das Verderben fast immer prockt. Schmerzverstärker, weil halt einfach ein richtig guter Damage boost. Und hier kann man jetzt über den neuen Season-Gem nachdenken, den Bane of the Stricken, ich weiß gerade gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, Verderben der Gestrickten, nein, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man nicht Season spielt, ist meiner Meinung nach der esoterische Wandel eine ganz gute Sache. Man kann auch den Teguk nehmen, dass man noch mehr Angriffsgeschwindigkeit aufbaut, könnte man auch probieren. Aber ich habe auch hier wieder erstmal auf die bisschen defensivere Variante gesetzt mit dem esoterischen Wandel. So, Gürtel. Gürtel ist die Sache, ich spiele mit einer Geisterstunde, das ist eine ganz gute Option, aber auch hier, jetzt muss ich kurz nachgucken, Optimal ist hier ein Gürtel, den es aktuell nur in der Season gibt. Ich muss kurz nachschauen, wie er heißt. Kleinen Moment. Verzulass unmögliche Kette. Warte mal, wir machen das mal ganz kurz so und dann machen wir das mal so. So. Hier. Verzulass unmögliche Kette. Ihr startet mit 20 Archon-Stapeln, wenn ihr Archon aktiviert. Kann rollen zwischen 15 und 20. Das ist halt ziemlich gut, weil man dann direkt mal mit 20% mehr Angriffsgeschwindigkeit, mit 20% mehr Widerständen, mit 20% mehr Rüstung direkt in die Archon-Form startet. Das heißt, man, ja, die ersten 20 Stapel muss man nicht aufbauen, sondern die sind da. Ist jetzt, ich dachte am Anfang, das sei essentiell für den Bild, ist aber nicht essentiell. Es ist mit Sicherheit wichtig, wenn man die höheren Rifts ein bisschen vorantreiben will. Aber es ist nicht essentiell, um den Bild spielen zu können. Essentiell, um den Bild spielen zu können, ist das 6. Rüstungsset und das Waffenset. Alles andere ist nicht essentiell. Alles andere ist ein super Bonus und bringt den Bild voran. Ist aber nicht essentiell, wie gesagt, um damit schon mal erste Rifts laufen zu können. Also ihr braucht das 6. Set und ihr braucht Chantodos Entschlossenheit. So. Gut. So, dann nochmal guten Abend an alle, die neu sind oder die wieder da sind oder wie auch immer. Es hat überhaupt keiner irgendwas zu meckern. Ah, jetzt ist Cox da. Jetzt hat gleich irgendwer was zu meckern im Chat. Entschuldigung. Ähm, ja, also, wenn ihr non-seasonal spielt, ist die Geisterstunde eine relativ gute Alternative für offensive Werte. Ihr könnt aber auch mit einer Ohrenkette spielen, die ein bisschen defensiver ausgelegt ist. Je nachdem, wie ihr merkt, wenn ihr nicht mehr Defensive braucht, dann könnt ihr die Offensive mit einer Geisterstunde pushen. Ich kann euch ja nochmal kurz den Link schicken, wo ich mir das einfach schon mal zusammengebaut habe. Ja, Cube kommt gleich noch, Pushy. Ähm, da seht ihr, Cox, ich habe nicht gesagt, dass das obligatorisch ist für den Bild. Ich habe lediglich gesagt, dass man, um den Bild spielen zu können, das Waffenset und das Rüstungsset braucht und nicht zwingend Gürtel und Armschienen. musst du richtig zuhören. Von obligatorisch war hier nicht die Rede. So. Ja, also, ne, ihr habt den Link, da könnt ihr mal schauen, da habe ich das alles so ein bisschen zusammengebaut, auch schon mit den Werten, die man, meiner Meinung nach, auf den Gegenständen haben sollte. Kommen wir zum Cube. Ich gehe da mal hin, da sieht das ein bisschen schicker aus. Auf dem Cube als Waffe den Schmelzofen. Mage kann Zweihandwaffen tragen. Warum sollen wir da nicht diese 50% Schadensbonus gegen Elitegegner nutzen? Das ist, denke ich, fast ein No-Brainer. Auf dem Ring die Zusammenkunft der Elemente ist auch immer schön. Alle vier Sekunden 200% Schadensboost. Kann man, also ich persönlich kann es schwierig abpassen, auch wirklich zu sagen, auch bei anderen Bills zu sagen, boah, jetzt haue ich irgendwie die dicken Skills raus, weil jetzt gerade für vier Sekunden mein Element gebufft ist. Aber mit den meisten Bills spielt man ja sowieso ein Element und haut da dauerhaft die Angriffe raus. Insofern muss man da meistens gar nicht so stark drauf achten. So, und weiteres Pflichtprogramm auch ist der Swamy im Rüstungsslot im Cube. Die Stärkungseffekte eurer Archon-Stapel bleiben für 20 Sekunden bestehen, nachdem Archon nicht mehr aktiv ist. Das ist, es ist einfach mega gut. Man baut halt seine, was weiß ich, 80, 90, 100 Archon-Stapel auf. Und wenn man den Archon-Bild verlässt, hat man halt 20 Sekunden lang in normaler Form auch noch den Angriffsboost, also den Angriffsgeschwindigkeitsboost, Rüstungsboost, etc. Das ist halt einfach mega gut und bringt den Bild halt auch nochmal wirklich voran und ist ja, auf jeden Fall Pflichtprogramm. Bei der Waffe, wie gesagt, kann man überlegen, Schmelzofen ist für mich, wenn es möglich ist, eigentlich meist tatsächlich ein No-Brainer, weil 50% Schaden gegen Elite-Gegner die härtesten Brocken im Spiel, ja, das kann man gut mal mitnehmen. So. Okay, also ja, das so viel zum Archon-Bild. Das waren ja schon wieder 20 Minuten. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe den Archon-Mage schon durch einen 35er-Rift geprügelt in 447. U habe auch schon Qual 10 normale Rifts probiert, aber da, also ich habe das Rift zwar geschafft, es war auch ein Assi-Rift, ich habe eins probiert auf Qual 10. Weißt du, das erste Rift mit einer, mit einem neuen Build oder überhaupt das erste Qual 10 Rift mit dem Mage und das Spiel rotzt mir einfach ein Portal hin, wo ich mir denke, ja, fick dich. Da war alles dabei, also, Eis-Arkan-Kombinationen, also richtig, richtig Assi. Und, ja, ich glaube nicht, dass wir ein 45er in der Zeit schaffen, wir werden es sehen, da ich durch das 35er so durchgefegt bin. Ich bin mit dem Bild auch absolut nicht eingespielt. Wir werden jetzt mal gucken, wie weit wir, ähm, war das etwa ein Portal mit Agnidox Rift Guardian? Ich, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall war es richtig Assi, aber es könnte Agnidox gewesen sein, ja. Es war auf jeden Fall einfach nur grauenvoll. Ja, wie gesagt, ich bin mit dem Bild 0 eingespielt und, ähm, nachdem ich jetzt gleich die Aufnahme gestoppt und wieder gestartet habe, legen wir mit großen Rifts los, so ein halbes Stündchen. Äh, gucken mal, vielleicht auch länger, gucken mal, wie weit wir den Mage bringen können. Wie gesagt, nicht schimpfen, ich habe den Bild noch nicht so drauf. Ähm, ähm,